Das ist nämlich auch mit Herausforderungen verbunden, zu wachsen, über die fünfstelligen Umsätze hinaus zu gehen und das überhaupt abarbeiten zu können. Sonst ist es wie ein Motor, den du aufdrehst und der überhitzt dann und dann haut es dir den Motor um die Ohren und das wollen wir nicht. Deswegen prüf den, mach einen Prüfstand, Prüflauf, verbessere den Motor, dreh den Stück für Stück auf und nicht gleich von 0 auf 100 und dann kann man damit auch super arbeiten. Das zweite Quartal des Jahres ist schon fast vorbei und wir schauen uns in dieser Podcast-Folge unseren Quartalsrückblick an. Eine sehr, sehr schöne Routine, um einfach mal das Quartal Revue passieren zu lassen und zu sehen, hey, was habe ich eigentlich geschafft, dieses Quartal. Drei Monate, ja, wir stecken so oft im Tagesgeschäft, dass wir den Überblick verlieren und da ist es schön, am Quartalsende sich mal Zeit zu nehmen, zurückzuschauen, zu gucken, was ist alles passiert. Und in diesem Video stellen wir euch unseren Quartalsrückblick vor und laden euch ein, selbst einen durchzuführen. Einfach mal die Top 3 Erfolge mit aufschreiben und dann halt einfach mal durchchecken, wie sehen die Zahlen aus, wie hat sich das Business entwickelt. Wir teilen in dieser Podcast-Folge sehr, sehr spannende Ereignisse. Wir haben neue Software-Deals, Online-Business zum Kopieren wird Wirklichkeit. Wir haben eine komplett neue Webseite, die wir im Juli vorstellen werden und noch ein paar andere Auszeichnungen und besondere Erlebnisse, auf die wir sehr, sehr stolz sind. Und deswegen gleich zu Beginn hier, der Hammer, was kommt im Q2 oder Q3 diesen Jahres, unsere Marke wird sich verändern. Wir werden aus der jetzigen Marke das Coaching-Universe machen. Einfach eine größere Vision nochmal, dort auch mehrere Elemente, mehrere Bereiche zu vereinen. Wir haben tolle Kooperationspartner schon gewonnen, über 30 Stück, mit denen wir jetzt gemeinsam Online-Business aufbauen und die langfristig dort mit begleiten. Und deswegen wird es einfach ein Coaching-Universum sozusagen. Wir helfen halt Online-Kurse und Coaching-Programme aufzubauen und so die Welt weiterzubilden. Wir wollen halt wirklich universal, universumsmäßig eingesetzt werden und damit die ganze Welt erobern. Und deswegen kommt auch eine neue Webseite, das ist so unser Hammer-Projekt, an dem wir gerade sehr, sehr arbeiten und die finalen letzten Arbeiten durchführen. Wird dann unter coaching-universe.de erreichbar sein und dort wird einfach nochmal viel besser kommuniziert, was wir eigentlich machen. Unsere Coaching-Programme werden dort vorgestellt und man kann sich da einfach einen viel besseren Überblick schaffen. Und natürlich geht mit dessen ein neues Branding einher, neues Logo, neuer Markenauftritt. Und das ist einfach jetzt unsere Evolutionsstufe. Wir entwickeln uns weiter und nehmen euch da gerne mit auf die Reise. Außerdem, was ist noch diesen Monat oder dieses Quartal passiert? Wir haben den 100k Award von Danny Adams überreicht bekommen für das Erreichen von 100.000 Euro Umsatz. Das ist etwas, worauf wir sehr, sehr stolz sind. Das war zu Beginn unserer Zeit haben wir dort mit Danny Adams kooperiert und haben mit seinem Coaching auch gewisse Prozesse bei uns aufgesetzt. Und jetzt sind wir bei 100.000 Euro Umsatz und das ist nochmal eine schöne Auszeichnung, da von ihm diese Anerkennung zu bekommen und dort nochmal präsentiert zu werden. Außerdem, das ist auch ganz frisch, kommt im Juli raus, müsste auch bald erscheinen. Wir werden im Manager-Magazin und einem Beileger erscheinen als Top-Krisen-Coach. Dort werden wir vorgestellt mit unserem Online-Business-Coaching und so können wir dort auch nochmal die Leser begeistern. Und ja, auch eine tolle Auszeichnung, über die wir uns freuen und wir erobern sozusagen jetzt auch die Offline-Welt, sind in Print-Medien auch vertreten. Und das gehört einfach zu einem guten Marketing-Mix dazu. Was waren weitere Meilensteine? Wir haben in der Corona-Krise wirklich nochmal einen heftigen Umschwung gemacht, beziehungsweise einen Bauteil ergänzt, was uns schon lange beschäftigt, nämlich die ganze Technik. Die Online-Business-Software, mit der es halt gelingt, wirklich ein Online-Business aufzubauen und alle möglichen Tools zu vereinen. Und das ist unser Funnel-Cockpit-Deal, den wir mit den Jungs von Funnel-Cockpit ausgehandelt haben. Dort kann man diese Software mit mehr Leistung bestellen. Plus, wir haben dort jetzt halt Vorlagen geschaffen für Landing-Pages, für Mitgliederbereich, für E-Mail-Serien, sodass man da wirklich ein Online-Business zum Kopieren hat. Es gibt halt diese Vorlagen von uns. Man kann sich Funnel-Cockpit besorgen, wo halt Funnel-Aufbau möglich ist, wo man den Mitgliederbereich erstellen kann, wo man aber auch ein CRM und E-Mail-Marketing-Lösungen hat, um das Online-Business in einem Tool abzuwickeln. Ja, es ist dann nur noch ein Bezahlanbieter notwendig, um die ganzen Gelder zu verwalten und Zahlungen einzusammeln. Aber dann hast du mit Digistore und Funnel-Cockpit ein perfektes Online-Business, mit dem du total viel abdecken kannst. Und wir hatten ja auch Dennis Höger-Caballero im Podcast, sehr erfahrener Online-Marketer, der diese Software ins Leben gerufen hat und wirklich ein fähiges Team dahinter. Es gab erst gestern wieder ein Update. Ja, ich hatte ein Kundengespräch letzte Woche. Da war die Sache am CRM, musste noch eingestellt werden, dass man die Spalten selbstständig wählen kann und organisieren kann. Und das wurde diese Woche schon umgesetzt. Also es ist Wahnsinn, wie schnell die Jungs sind und wie sie dort entwickeln und Feedback aufnehmen und damit arbeiten. Dann gibt es ab 1. Juli auch noch ein großes, großes Update von unserem Clubstore, von unserer Coaching-App, wo wir unsere Programme drin haben und wo auch unsere Partner mit eine Membership eröffnen können. Also jeder kann dort einen Premium-Club anlegen und somit eine Mitgliedschaft ins Leben rufen, um halt monatlich wiederkehrende Einnahmen zu generieren und das Wissen in einer Community zu bündeln. Und das ist unser Clubstore-Konzept. Dazu gibt es auch das Clubstore-Coaching, wo wir beibringen, wie du dieses Club-Konzept so entwickelst, dass es einen gewissen Suchtfaktor enthält, wo wir dir zeigen, wie du von 0 auf 100 zahlende Mitglieder kommst und ein automatisiertes Empfehlungssystem aufbauen. Das kommt dann auch sehr schön auf unserer Webseite jetzt heraus. Was das genau ist, kannst du gerne dir anschauen. Und wir werden jetzt nochmal diese Clubstore-App auch weiter öffnen. Coaching-Universe bedeutet, möglichst vielen Menschen zu helfen, allen zu helfen, die es wollen. Und dafür öffnen wir jetzt diese App, dass jeder eine Mastermind-Gruppe kostenlos bei uns anlegen kann. Also dafür gibt es dann ein Update im Juli. Das bereiten wir gerade vor, dass dann auch externe unsere App mit nutzen dürfen, den kostenlosen Bereich, wo es schon eine Wahnsinns-Funktionalität gibt, um Mastermind-Gruppen zu organisieren. Und wer dann einen Premium-Club haben will, der kann gerne in unser Coaching kommen und kann dort eine Premium-Mitgliedschaft für seine Community erstellen. Und wir betreuen das dann gerne und promoten das dann natürlich auch mit in unserem Netzwerk. Das ist das Clubstore-Coaching und die Clubstore-Eröffnung. Das kommt alles im Juli. Seid da gespannt. Und zum Abschluss hatten wir jetzt gerade am Montag die Siegerehrung zum Markenaufbau-Challenge. Ja, jedes Quartal machen wir eine Challenge und im Q2 war das die Markenaufbau-Challenge. Wir haben dort mit tollen Teilnehmern die Vision entwickelt und eine Marken-Story aufgebaut und das Ganze dann auch noch mit Hollywood-Reifen-Trailer und Intro versehen, damit das Ganze auch dementsprechend präsentiert wird. Ja, immer wieder eine spannende Zeit, so eine Challenge. Im Q3 wird es die Verkaufen-Challenge wieder geben. Ein sehr wichtiges Thema, was im Business einer mit der essentiellen Standpfeiler ist. Kannst du verkaufen, dann kannst du schon mal Geld verdienen. Und das ist halt im Business so wichtig, dass du einfach Cashflow generierst, der dich am Leben hält. Weil dann kannst du auch Mitarbeiter einstellen, dann kannst du in neues Equipment investieren. Und das ist so wichtig, das macht alles der Verkauf. Der Verkauf bringt die Energie und den Cashflow ran. Und das ist so, so wichtig, überlebenswichtig. Und deswegen gibt es da im September, Oktober die Verkaufen-Challenge. Und ja, das freuen wir uns schon drauf. Wir hatten bei der Markenaufbau-Challenge mit Carsten Burkhardt einen tollen Gewinner. Er hat eine Gitarren-Online-Schule aufgebaut und hat dort in der Markenaufbau-Challenge ein super neues Intro erstellt. Er hat eine neue Marken-Story entwickelt. Er hat ein bisschen auch CI, Farben und Logo angepasst und dort Fortschritte gemacht. Also ja, eine wunderbare Erfolgsgeschichte. Und demzufolge lade ich dich auch ganz herzlich zur nächsten Challenge schon mal ein. Im September, wie gesagt, die Verkaufen-Challenge. Das waren so ein bisschen unsere Meilensteine. Ich fasse nochmal zusammen. Wir sind gestartet mit der neuen Webseite, die jetzt gerade massiv im Aufbau ist. Am 1. Juli ist der Stichtag, wo sie veröffentlicht wird. Launch-Datum, da werden wir euch auch nochmal informieren. 100k Award von Danny Adams. Manager-Magazin sind wir im Beileger als Top-Krisen-Coach ausgezeichnet. Und dann haben wir das Online-Business zum Kopieren ins Leben gerufen mit dem Funnel-Cockpit-Deal und Dennis Höger-Caballero. Das war alles April, Mai. Und jetzt gegen Ende Juni wird sich der Club-Store öffnen, dass jeder eine Mastermind anlegen kann. Und wir hatten die Markenaufbau-Challenge, die mit glorreichen Teilnehmern gerade zu Ende gegangen ist. Jetzt kommen wir so ein bisschen zu den größten Erkenntnissen. Und was haben wir gelernt? Was kann ich mitgeben? Was ist wichtig gewesen im Q2? Was auch total geprägt war natürlich von der Corona-Krise. Wir haben ja einen gewissen Schock erlebt. Shutdown, sowas gab es noch nie. Wichtig war dann, wie reagierst du da drauf? Das war die einzig wichtige Sache. Manche sind in Schockstache gefallen. Andere haben die Ressourcen genutzt. Zeit zu Hause, keine Veranstaltungen möglich. Es wurden bei uns auch Messen abgesagt, die wir nicht wahrnehmen konnten. Aber logischerweise wurden dort Ressourcen frei an Zeit, die wir dann in den Aufbau von den Online-Business-Vorlagen gesteckt haben. Oder wir haben andere Deals noch mit an den Start gebracht und konnten uns dort wirklich auf die Online-Technik und auch unsere Produkte konzentrieren. Wir werden nochmal jetzt Produkte 2.0 entwickeln. Das ist auch in vollem Gange und wir haben einfach die Zeit dafür genutzt. Wir wollten viele Online-Business-Meetups machen. Wir wollten auf die Messe gehen, aber es ging halt nicht. Deswegen flexibel sein und halt schnell agieren, umdenken. Wir haben super viel Content online produziert. Wir hatten zwei Podcast-Folgen die Woche. Wir haben YouTube-Videos ohne Ende produziert. Einfach weil jetzt dieser Drang, dieser Online-Sturm gerade herrschte und wir den mitnehmen wollten. Und es hat auch wunderbar funktioniert. Wir hatten unsere besten Monate seit jeher und immer noch. Wir haben dadurch massiv Sichtbarkeit gewonnen. Und das trägt uns bis jetzt. Wir haben immer noch Kundenanfragen, die wir jetzt abarbeiten. Und das ist einfach dem geschuldet, dass wir flexibel waren und online gegangen sind, anstatt jetzt irgendwie der Offline-Welt nachzutrauen. Da ist aber auch ganz wichtig, der zweite Punkt, Systeme und Strukturen aufzubauen. Für dich und deine Mitarbeiter. Das ist nämlich auch passiert. Wir haben einen Verkäufer noch mit ins Team geholt. Und der brauchte natürlich Strukturen und Führung, was er dann am Telefon sagt, welche Produkte wir haben. Unser Mitarbeitertraining ist dort sehr, sehr wichtig und haben wir aufgebaut und nochmal verbessert anhand des Feedbacks, dass dort einfach dann klar war, welche Produkte er sozusagen wann anbietet. Und da müssen immer die Strukturen auch nachgefeilt werden. Wir sind da immer noch drauf und dran, Leitfäden zu entwickeln, Checklisten, damit die Mitarbeiter und auch unsere Kunden es einfach haben, sich zurechtzufinden. Und das ist auch ganz wichtig, dass du, gerade wenn du jetzt skalierst, wenn du diesen Kundenansturm vielleicht auch erlebt hast, dass du da Mitarbeiter ins Boot holst, dir Verstärkung suchst. Das ist ganz wichtig. Zu Corona-Zeiten habe ich wirklich nur gearbeitet. Ich habe auch Wochenenden durchgearbeitet. Ich hatte kaum Freizeit, das ging echt an die Substanz. Jetzt haben wir uns Mitarbeiter dafür geholt und jetzt wird es auch wieder eine ganze Ecke entspannter, sodass du dort einfach dann die Systeme und Strukturen in place hast, um das Ganze auch auszuhalten. Das ist nämlich auch mit Herausforderungen verbunden, zu wachsen, über die fünfstelligen Umsätze hinaus zu gehen und das überhaupt abarbeiten zu können. Sonst ist es wie ein Motor, den du aufdrehst und der überhitzt dann und dann haut es dir den Motor um die Ohren und das wollen wir nicht. Deswegen prüf den, mach einen Prüfstand, Prüflauf, verbessere den Motor, dreh den Stück für Stück auf und nicht gleich von 0 auf 100 und dann kann man damit auch super arbeiten. Das sind so die zwei größten Erkenntnisse und dann immer wieder Kooperationen. Kooperationen mit Funnel Cockpit, Kooperationen mit unseren Kunden. Wir haben auch wieder eine neue Kooperation in Aussicht, was Werbeautomatisierung anbelangt. Das ist alles durch sehr viel Kontakt entstanden, durch sehr viel Engagement. Wir haben uns immer auch so ein bisschen hartnäckig vorgekämpft. Bei Funnel Cockpit kommst du auch nicht so einfach an die Geschäftsführer ran, logisch. Die sind ja beschäftigt und wir haben dort aber wirklich, wirklich monatelang nachgefragt und immer wieder uns sozusagen zu den Geschäftsführern hochgearbeitet. Und am Ende ist dieser tolle Deal entstanden und wir hatten eine Podcast-Folge, die sehr, sehr wertvoll war für unsere Community, aber auch für Funnel Cockpit, weil ich bin, glaube ich, so einer dieser Heavy-User von Funnel Cockpit. Wir haben schon sehr, sehr viele Updates dort verursacht, sage ich jetzt mal, aber das hilft ja natürlich der Software auch enorm und großartig, wie schnell das umgesetzt wird. Also da entsteht gerade auch eine super Partnerschaft und das ist einfach einer guten Kooperation geschuldet und in einem engen Austausch. Und das kann ich auch nochmal ans Herz legen, gerade jetzt so in schwierigen Zeiten. Sucht euch Partner, sucht euch Kollegen, mit denen ihr euch austauschen könnt. Das sind so die drei größten Erkenntnisse. Flexibilität, gerade in Krisenzeiten, dann Systeme und Strukturen aufbauen für dich und deine Mitarbeiter und das letzte dann wirklich Kooperation einzugehen, um ein bisschen Rückhalt auch zu haben. Gerade in schwierigen Zeiten war das gut, auch Geschäftspartner zu haben, Kunden zu haben, die dann auch mal ein positives Wort eingelegt haben. Und das hilft einfach auch, durch die schwierigen Zeiten durchzukommen. Jo, das war unser Quartalsrückblick. Ich lade dich jetzt ein, ebenso einen Rückblick zu machen, was waren deine Top 3 Erfolge und auch die Top 3 Erkenntnisse. Das kannst du gerne teilen in den Kommentaren. Und dann lade ich dich auch gerne ein, Funnel-Cockpit auszuprobieren. Für einen Euro haben wir da einen Spezial-Deal, wo du einfach mal diese Software entdecken kannst. Die bietet halt so, so viel, nicht nur Funnels. Du kannst halt dein komplettes Online-Marketing damit abdecken. Und dafür haben wir, wie gesagt, Vorlagen in unserem Coaching. Wenn dich das interessiert, vereinbare gerne einen Beratungstermin mit uns, wo wir dann herausfinden, welches Thema für dich das Beste ist und wie wir dir da mit den Vorlagen am meisten helfen können, sodass du einfach massiv Zeit sparst. Wir haben jetzt wirklich ein Online-Business zum Kopieren. Die Technik ist durch die Vorlagen abgedeckt. Die Strategie haben wir auch schon hundertfach jetzt getestet. Die funktioniert. Und wir haben auch die Marketing-Power und die Beratung bekommst du dann in wöchentlichen Live-Calls, sodass du dort einfach perfekt umsorgt wirst. Du bekommst die Strategie am Anfang im Onboarding-Call auch nochmal persönlich auf dich zugeschnitten. Also das ist hier nichts von der Stange, das wird noch auf dich angepasst. Du bekommst die Technik als Vorlage zum Kopieren in Funnel Cockpit und kannst dann dort einfach die Landing-Pages anpassen mit deinem Thema. Du bekommst Vorlagen zu Umfragen, Produktkonzepten, Landing-Pages und dann haben wir in den Live-Calls persönlich für dich die Marketing-Tipps, wie du mit deiner Zielgruppe umgehen musst. Also wenn dich das interessiert, kursersteller.de slash Beratung. Link findest du auch in den Shownotes und dann klick dich da durch zu einem Termin. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Ich lade dich ein, komm dann auch in unsere Mastermind-Gruppen, sei da gespannt. Im Juli kommt da noch ein großes Update und dann können wir uns dort auch mal live sehen. In dem Sinne, ich wünsche euch viel Erfolg im Online-Business. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dahin, ciao.